Der ist so widerlich. Ah, ich mag den nicht. Bisschen mobben, alter. Klar, Alter. Du muskulines Mädchen. Mach du Scheiße. Du kleiner Bastard. Halt deine Griffe nicht bei mir, alter. Geh weg. Ah, ich mag den nicht, alter. Geh weg. Kusch. Bruder, was? Was? Alter. Wie kann man so penetrieren? Jetzt bin ich... Oh mein Gott. Willst du mich verarschen? Decafin kann man nicht so sehr penetrieren. Alter, dieser kleine Hund. Ja, natürlich greift er hier hoch, alter. Ist klar, Bruder. Warum auch immer der sich denkt, hier hochgreifen zu können. Bisschen mobben, alter. Und der, so schnell ist der nicht hier drüben, so schnell ist der... Oh Gott, der ist halt wirklich schnell hier drüben, alter. Leck mich ja mal. Du kleiner Hund, du Sohn. Ich hasse dich. Das ist die Kürbel. Oh Gott. Tja... Dieses Lied soll scheinbar eine richtig düstere Bedeutung haben, scheinbar. Kleiner Bastard, Alter, geh weg. Das soll scheinbar laut der Geschichte in The Little Nightmares richtig deep sein, Alter. Irgendwas von einem hängenden Mann oder so singen, Alter, hab ich ein Video übersehen, Alter die. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Okay, jetzt weg, weg. Komm schon her, du Scheißding, komm. Ah, ich glaub, der kommt eh nicht mehr. Ich, oh Gott, der kommt, der, äh. Geh weg mit deinem Weberknecht Händen, Alter. Ah, der kann ja tatsächlich noch rüber. Pfui, Alter, der Weberknecht Hände, Alter. Ah, mal besser gesagt. Ah, Weberknecht, ih, ich hasse ihn. Ah, ich find das nicht sicherlich. Hallo? Hä? Der Wagen würde wiegen. Ich sollte ja vielleicht nicht so stehen. Kann das sein? Super. Okay, so war das nicht geplant, aber hat funktioniert. Ich weiß nicht, Alter. Das ist irgendwie anders in der Hände rum. Ja, moin. Lass halt los. Hä? Hab ich irgendwas verpasst? Ah, mein Wagen soll sich eigentlich bewegen. Eigentlich. Alter Schwede, willst du mich verarschen? Was ist denn? Ich weiß noch, ich hab ne altro. Was ist denn da? Wann ich was unterschreiben? Was ist denn da? Das ist doch so. Was ist denn da? Willst du da stehen? Ach du Scheiße. Ach Gott. Guck mal, ich versteh schon was passiert. Da kommt das Weg wieder von irgendwo runter. Reicht mir die Hand, ich bau die Einflusshaus an. Widerlich. Der Leberknecht ist wieder zurück. Der Leberknecht ist da. Ich hasse ihn so sehr. Dieser Weberknecht ist so ekelhaft. Dieser Weberknecht ist so widerlich, Alter. Geh weg. Ach du Scheiße. Du heilige Maria. Leck mich am Arsch. Oh nö. Kurva. Blatt. Nein. Ah. Mann. Wo soll ich denn da hin? Soll ich, ich glaube ich muss auf den anderen Schrank hoch. Damit der mich mit der anderen Hand nicht verwischt. Ah. Alter. Alter. Also Bandai Namco muss man schon, muss man schon lassen. Die haben echt gute Monster. Und widerliche Viecher. Komm. Dieses Vieh gehört dazu, Alter. Das ist so widerlich, dieses Vieh, ne. Alter. Das Vieh ist so ekelhaft. Ah. 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 Iiiiihihi. Ich will's nehmen und ich will's essen, Alter. Iiiiih. Ah. Es ist so ekelhaft. Ah. Gott. Das habe ich so eindeutig, das Stäbe da wegzuziehen. Irgendwie muss es doch ja zugehen. Das Verstecktrophäe. Ey. Boah, ist das widerlich. Boah, dieses Vieh ist... Uiuiuiuiui. Nee, nee, nee. Gefällt mir nicht. Ah. 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 Und da sitzt er allein im Schacht. Und da sitzt er allein im Schacht. Oh. Ah. Es ist... Es ist kein Regen. Ach der Scheiße. Da will ich mich nicht festhalten. Ich glaube, das funktioniert sowieso nicht. Aber... Da will ich mich festhalten. Ach du Scheiße. Spätestens ein Setzer hätte ich losgelassen und mich nicht behalten können. Äh. Ihh. Ihh. Was hat das da drüben gerade gemacht, Alter? Ihh. Ihh. Da oben. Der Koch. Günther. Auch... ombloh. Pfahra, ich hätte mal weiterfahren können eigentlich, aber nicht. Oh, nööööööööööööением. Alter, jetzt mach keine Faxen! Du hattest vorher erst was zu fressen. Äch der Scheiß. Jetzt hat die schon wieder Hunger. Nimm ne Ratte. Oh. Das ist, glaube ich, eine Ratte in die Rattenfahrt, der gelaufen kann. Kann das sein? Aber wo? Alka! Zicks! Mach nichts, mach ne... Ah ja, da ist eine Ratte. Was haben wir denn da? Eine Ratte, eine Ratte! Die schmeckt lecker! Die schmeckt lecker, die Ratte! Ja! Yum, yum, yum! Ja! Ist das Blut oder ist das Schwarz? Das ist... Ist das wie eine Puppe? Also ich glaube, oben muss man ja von dem her wieder essen, was auch immer die essen. Wenn wir immer zu einer von denen erscheinen. Weil die essen ja kleine Kinder. Ich weiß nicht, aus was das Fleisch hier besteht. Oh Gott! Oh Gott! Deswegen... Keine Ahnung, ich würde das nicht unbedingt essen wollen. Vielleicht nicht weiß es. Und da kommt dann mal Gas hoch rein. Oh, Blut. Achso, okay. Ja, gut. Hat sich dann geklärt, was ich tun muss. Das hier hoch, das rüber. Und dann so. Oh, nö. Nein. Ach du Scheiße. Der Koch. Ah, warum denn so... Ach du Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Geh weg. Geh weg, Gust. Geh weg, Günther. Warum muss der sich auch genau dann da umdrehen, he? Geh weiter kochen. Ah. Das ist so... widerlich. Nein. Der Geist ist hier drunter zu fassen. Ich bin hier nicht. Ich... Denk nicht mal dran da unten. Nein. Das sieht aus wie so ein Helm. Das sieht nicht aus wie ein Kopf. Mann, sind wir jetzt ehrlich? Ich weiß nicht. Ich halte das hier für ein Kult, Alter. Ey, das kann es doch echt nicht mehr sein, dass der sich immer dann umdreht. Du kleiner Hund. Boah. Jünter, Mann. Ih, ein Fischkopf. Bah, Jünter. Mein Gott. Natürlich sieht der mich, Alter. Ja, alles klar, Bruder. Natürlich. Der steckt mich in... Der steckt mich einfach in den Fisch. Der steckt mich einfach in den Fisch. Digga, warum steckt der mich in den Fisch? Alter. Die sieht nicht aus wie eine Vorspeise. Mein Gott, Alter. Der gönnt die sich einfach zum Mittag, der kleine Hund. Denk nicht mal dran. Denk nicht mal dran. Ja, Digga, denk nicht mal dran, hier drunter zu fassen, Alter. Digga, dein ganzes Kinnladepfisch. Unten schalte das Essen, Junge. Dein ganzes Fett, Junge. Ach, Gott, ey. Warte noch ein bisschen, der dreht sich ja um. Du kleiner Hund, Digga. Denk nicht mal dran, hier langzulaufen, Alter. Ich hasse dich sonst. Ja, komm. Wurz deinen geilen Fisch, du. Wurz deinen geilen Fisch, du. Denk nicht mal dran, du kommst nicht hoch, du bist zu klein. Okay, Rauchlunge ist okay, cool. So, ekelhaft Fische, Fischköpfe. Und hier hoch. Und da rein. Ich frag nicht, warum der zwei Schüsseln braucht. Ich frag nicht, warum der zwei Schüsseln für einen Pott braucht. Gehen die zusammenkacken oder was da los? Ich hab ja gesagt... Ja, gut, oder wie ich dir gesagt... Ich brauch doch irgendwas, oder nicht? Ich brauch doch irgendwas von hier oben, oder bin ich jetzt dumm? Ich brauch doch irgendwas von hier oben, oder bin ich jetzt dumm? Das ist doch so eine Mütze oder so eine Maske. Das ist doch kein Kopf. Der braucht so ein Wilder, Bruder. Ich kann mir das nicht am besten über ihn forschen, dass das ein Kopf ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, wobei weiß man es. Okay. Okay, was ich jetzt will. Ich habe noch nicht begriffen, was ich jetzt will. Okay, ich dachte, das wäre jetzt ein Fehler, Alter. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017